Nach mehreren Fehlgeburten ist Renata Lusin wieder schwanger. Die kritischen ersten drei Schwangerschaftsmonate hat sie bereits überstanden. Ihr Mann Valentin und sie freuen sich riesig auf den Nachwuchs. Um nichts zu riskieren, trat die Profitänzerin aus Let's Dance in den letzten Wochen auch deutlich kürzer. In einem neuen Interview offenbart das Paar nun, wann das Babygeschlecht enthüllt werden soll. An einer Stelle wird Renata Lusin jedoch besonders emotional. Der Tänzerin kommen sogar die Tränen. Renata Lusin teilt Schwangerschaftsupdate. Mittlerweile habe Renata Lusin die Halbzeit erreicht, erklärt sie gegenüber der Gala. Aktuelle befinde sie sich im fünften Schwangerschaftsmonat. Alle sagen, ich habe den Schwangerschaftsglow, fasst sie die Reaktionen der letzten Wochen zusammen. Bisher ist bei der Schwangerschaft alles gut gelaufen. Das Let's Dance-Paar hat also allen Grund, optimistisch zu sein. Ich bin glücklich. Ich fühle mich topfit, bestätigt Renata dann auch im Interview. Dann gerät die werdende Mutter ins Schwärmen. So langsam spüre ich Schmetterlinge im Bauch. Wahnsinn! Das Gefühl ist unglaublich. Auch für Valentin Lusin ist es natürlich eine aufregende Phase. Es ist gerade eine sehr schöne Zeit für uns beide. Wir genießen es sehr, gibt er an. Eine Gender-Reveal-Party haben die beiden auch schon geplant. Das Event soll am 10. Dezember über die Bühne gehen. Let's Dance-Stars kennen Babygeschlecht noch nicht. Erst bei dieser Gelegenheit werden Renata und Valentin Lusin erfahren, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Eine Person aus ihrem Umfeld hat bei dem Thema bereits einen Wissensvorsprung. Meine Freundin weiß es schon, sie hat es im Umschlag, verrät Renata. Valentin hat immerhin eine Vermutung. Er glaubt, es ist ein Junge. Bis zur großen Enthüllung nennen die Lusins ihr Baby schlicht kleines Gummibärchen. Da das Kind beim Ultraschall so ausgesehen habe. Ebenfalls im Dezember soll übrigens das Zimmer für den Neuankömmling eingerichtet werden. Nicht umsonst lässt sich das Paar damit ein wenig länger Zeit. Hier spielen Renatas zurückliegende Fehlgeburten eine traurige Rolle. Ich will noch ein bisschen abwarten, bis das zweite Schwangerschaftsscreening vorbei ist. Ich will den Nestbau nicht zu früh beginnen, wegen meiner Vorgeschichte, führt sie aus. Überschwängliche Gefühle können die beiden darum auch nur Poi a Poi zulassen. Schließlich äußert die Tänzerin einen emotionalen Appell. Gebt nie auf. Lebt euren Traum, lautet ihre Botschaft an andere Frauen, die bereits ein Kind verloren haben. In dem Moment kann Renata ihre Tränen nicht zurückhalten.